Halli und hallo und herzlich willkommen zurück bei Gold Wars 2. Jawoll, wir sind jetzt immer noch auf dem Weg zu der neuen Wegmarke, wo wir eigentlich jetzt auch hin wollen. Und ja, wir werden mal hier wieder durch das Land der Amodellus ziehen, die hier uns schön über den Weg laufen. Und wir werden mal hier gleich abbiegen, um ein bisschen querfalt einzulaufen. Zack, da renne ich gegen den Baum. Ich habe den Wald vor Bäumen nicht gesehen. Mwahaha. So, beim letzten Mal hatten wir ja so eine schöne, ruhige Quest gehabt an sich, wo wir eigentlich nur Kisten zerstören mussten und diese Fahnen im Brand aufsetzen müssten. Und das war angenehm und leicht. Und wir haben auch schon die Wegmarke hier erreicht. Sehe ich hier gerade. Ja, die Wintertags-Questen in Gold Wars sind immer noch vorhanden. Auch noch am 3. Januar, wie man hier so recht schön sieht, sind hier die Kisten immer noch im ganzen Land verteilt in Gold Wars. Oder in Guild Wars, wie ihr das wollt. Und ja, mal gucken, ob wir jetzt auch noch hier... Ach, da siehst du, da sehe ich schon einen unerdeckten Aussichtspunkt. Den können wir gleich mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Und da drücken wir auch schon die F-Taste in der Hand. Zack. Und damit haben wir jetzt 6 von 10. Und ich habe gerade hier unten gesehen, da macht einer auch noch diese Quest. Auch ein Ingenieur, so wie es ausschaut. Zwar von der Rasse Schar. Aber das macht ja nichts. So, mal gucken, wie wir hier wieder... runter. Da kommt er uns auch schon entgegen. Der will bestimmt auch den unerdeckten Aussichtspunkt haben. Komm, wir helfen ihm mal hier schnell mit. Ich kenne ja selbst, wie das ist. Das zieht sich auch so ein bisschen hin, wenn man ja auf diese Kisten einschießt. Ja. Waren wir mal so frei und haben ihm mal geholfen. Das ganze Guild Wars Spiel ist ja so ziemlich sozial, muss ich mal so sagen. Jetzt im übertragenen oder positiven Sinne. Oh, was ist das hier? Ach, damit haben wir jetzt... Ey, geil, ein Scharfschützengewehr ist hier auch noch. Wie geil ist denn das bitte? Wie geil ist denn das, bitteschön? Also, hätte ich das eher gewusst, dann hätte man... Hätte man... Die Quest besser gekriegt. Naja, gut. Man kann ja nicht alles wissen. Alles ja hier nicht. Doktor allwissen. So, jetzt gucken wir aber erstmal auf unsere schlaue Karte, wo wir uns jetzt eigentlich als nächstes hinbegeben werden. Wir könnten eigentlich jetzt mal hier uns den Fertigkeitspunkt holen, aber ich denke mal, das werden wir mal so zwischendurch einfach mal machen. Wir werden mal gucken, was hier so noch auf der Karte hier verdeckt ist, was wir da noch machen können. Dabei müssen wir hier wieder untergehen. Zack. So, springen wir hier so ein bisschen. Wir haben heute die Springerstiefeln an. Da ist auch schon ein Feind in Sicht. Ja. Ja, du musst gar nicht hier so förmlich betteln. Ich bringe immer etwas Großes zustande. Bei mir wird jeder sich bedient, also... So. Hier sind wir... Lamiya Morast entdeckt haben wir. Wir haben jetzt hier einen Morast entdeckt, wo sich hier wieder feindliche Monster... Tümmeln, wo sie sich ihr Zuhause nennen. Wie heißen die überhaupt? Felshunde? Das sind Felshunde. Ja, ja. Da sind wir, dieses Grawl. Ich hasse diese Viecher, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Wieder mal ein stolzer Moment. Gut, der macht das jetzt nicht gemacht. Aber ich habe dazu gesehen, dass manche scrollen sich da so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Sie machen sich ein bisschen unsichtbar transparent, wie ihr das handhaben wollt. Was auf Dauer ziemlich lästig sein könnte. Oh, der scheint hier ziemlich groß zu sein. Ich muss hier mal so ein Standgewehr hinpacken. Und hier mal so eine Rakete hinbauen. Ja. Hehehe. Ist das geil mit dieser Rakete. Die schießt doch wirklich drauf ein, ey. Das ist ja wirklich geil. Da muss man ja so sagen, ist schon eine feine Sache. Ja, als Ingenieur beraust du das hier auch, ehrlich gesagt. Also diese Unterstützung hier von diesen einzelnen Schütztürmen. Ey, das ist... Da haben wir irgendwas anderes noch mit gegrillt. Hab ich gerade gesehen, so aus dem Nebenauge. So, wir gucken mal, wo uns das hier hinführt, durch den Morast. Oh, da haben wir eine Flederschwärmer oder sowas mitge... Mitgezogen. Oder mitgegrillt, besser gesagt. Schuppen Lindwürmer. Schanaya würde ja jetzt sagen... Ach, sind das süße Dinge. Liebe Grüße an der Stelle an dich. Falls du das hier... Äh... Dir das ansehen tust. So. Jetzt sind wir hier schon langsam angelangt, hier, wo wir wieder schwimmen können. Ascalonbecken entdeckt. Ah. Genau sieht's aus hier. Aber so wie es aussieht, ist hier unten keine Herz-Inquest weiter zu sehen. Wir können ja mal hier unten nochmal lang schleifen. Ansonsten müssen wir dann hier die Wegmarken freilegen. Und müssen uns dann den Fertigkeitspunkt holen. Hier haben wir auch noch zwei Sehenswürdigkeiten. Und dann dürften wir eigentlich denn schon so weit auf dieser Karte hier, äh, fertig sein. Und können uns dann nach oben bewegen. Und haben dann normalerweise schon diese Karte denn, äh, so gut wie abgearbeitet. Ich schwimme jetzt mal hier hinten rüber. So. Oh, was haben wir da? Seto Kampffspalter bei seinem Arbeiten assistieren. Teste Setos Kampffspalters experimentelle Waffen um. Und helft dabei, dass die Experimente am Eisendock in Betrieb bleibt. Ja, das ist doch schön. Das ist da unten natürlich. Haltet sie vom U-Boot fern. Ich habe gerade die letzten Nähte verschweißt. Wir sind alle kleine Räder einer großen Maschine. Nur sind einige kleiner und öliger. Ja, so sieht das aus. Vom U-Boot fernhalten. Ein weiterer Angriff der Separatisten. Hier ist dieser Seto. Was wollt ihr? Der Seto. Set, Seto heißt der. Keine Zeit. Die eisernen Barrikade wird angegriffen. Los, verteidigt sie. Gut, und jetzt bereitet... Beeilt euch. Nicht bereitet, beeilt euch. Wir gehen mal hier hin und gucken mal, was das hier so ist. Und wir werden mal hier ein Geschütztum hinstellen, der uns dann mal... Worauf schießt es überhaupt? So. Reparieren. Ah ja. Ein Schleimmonster. Was habe ich denn jetzt hier auf dem Rücken? Ich habe irgendwas jetzt auf dem Rücken. Was mir ein bisschen befremdlicht ist. Äh... Granaten. Und was haben wir hier noch? Old Granate und... Flammgranate. Und wir haben eine Erschütterungsgranate. Okay. Einmal hier auf zu rotieren. Das macht mich ja ganz wirre. So, dann gehen wir jetzt zu dem nächsten hin. Müssen wir diese Scheiße eigentlich... ...aufhaben. So, wir schmeißen noch eine Granate rein. Und noch eine. Und die nächste. Und schon ist er auch schon... ...zu Mus. Zu Brei. Oh, das Wasser spiegelt sich hier wieder so schön. Das finde ich geil. Das finde ich so ein bisschen cool irgendwie hier so. Haben sie in Gold Wars auch richtig geil dargestellt. So. Ja, aber auch nur kurz. Hier ist wieder ein Event. Oder wie man sowas nennt. Ach, hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier rüber. Hüpft mal. Hier ist auch das U-Boot. Gehen wir mal zu dem U-Boot hin. Ach, hier ist noch so ein Ding zu reparieren. Zack. Und dann schmeißen wir dir hier noch eine Granate vom Buch. Brennen auch noch schön. Und noch eine hinterher. So. Damit haben wir schon die Hälfte der... ...Quest wieder erledigt. Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ey, ich muss unbedingt nachher mal in die Stadt rein. Das geht so nicht. So. Da muss ich ein bisschen dichter ran. So. Und nimm das. Und nimm das. Und eine Feuergranate hinterher. Ach, da liegt das schon. Ah, die Granaten sind ja sehr effektiv, muss ich mal sagen. Äh, ich glaube, sowas haben wir auch als Skill, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja eigentlich auch mal so eine nette... ...die nette Art. Guck dir mal das U-Boot hier an. Ist ja wohl mal geil, oder was? Hier mit dem Geschütz... ...keine Ohne drauf. Also wenn das ja im Kampf da so... ...ja, wie soll ich sagen. Dann ist das ja so spaßig, muss ich mal sagen. Ist das jetzt hier keine weiter mehr, oder was ist das hier? Hier ist auch nichts mehr. Muss... ...oder muss man warten, bis die Dinge wieder... ...spawn hier. Guck mal hier bei dem anderen, ob da wieder was ist. Ah, hier ist noch was. Reparatur. Oh, da haben wir einen Firegranate hinterher. Und dann... ...zack. Ja. Tearklumpen zwei erhalten. So, wir müssen jetzt noch einen... Oh, guck mal, hier ist ein Kaufmann. Ich werd ja weich. Wollen wir gar nicht so weit laufen. Ist da hinten noch was? Haben die sich wieder... ...hier aufgeladen. Ne, ist so ein Sheet. Wir brauchen noch einen. Ein, brauchen wir noch. Äh, ja. So viel zum Thema, wir brauchen noch einen. Äh... ...geht das auch, wenn wir hier so ein Vieh töten? Ich guck mal. So, ich schmeiß mal hier die Granaten hin. Ehe, auf den, da musst du werfen. Ja. Das hat also auch funktioniert. Sehr schön. Wir haben jetzt 14 von 16 abgeschlossen. Und können den Rucksack jetzt hier, zack, wieder eintauschen. Und haben die Quest erledigt. So, abgeschlossene Quest. So, wir haben dich erfolgreich assistiert. Ich hoffe, du bist zufrieden. Legt mal mit dem Kopf. Nein, kleiner Scherz. So, äh, wir gucken jetzt hier mal weiter. Wir haben hier immer noch, äh, tötet die Separatisten, bevor sie den eisernen Barracuda zerstören. Wenn ich mich recht erinnere, ich hatte das, glaube ich, mit meinen, ja, mit meinen Scherwaldläufer auch, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt unter Wasser. Und wir springen mal in die Fluten. Und da sind die Separatisten. Au, au, au. Alter. Stirb, Junge. Ich bringe immer etwas Großes zustande. Das ist ein Freund. Gucken, wo hier noch so ein anderer ist. So ein Separatist. Ein bisschen, können wir die Barracuda das auch angreifen? Fühlt sich dadurch auch was? Hm. Let's mal hier unsere Belohnung nehmen. Müssen wir mal rumgucken. Ach, da sind noch welche. Ich sehe sie schon. Hey, ich habe euch doch eingenetzt. Verdammt. Da sind wir mal ein bisschen zäh, aber wir schaffen das schon. Guck mal, der hängt da so schön im Wasser, wie so ein Schluck Fels in der Brennung. Ja. Ja. Ey. Falsch geschossen, die Granaten. Durchsuchen. Was hat das Schönes? Kriegshorn. Na toll. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Oh, wo kommen die denn jetzt her? Außen hin denn halt. Ich muss mich mal hier kurz heilen. Ein bisschen in Bewegung bleiben vielleicht. Kann er uns nicht zu doll oder sie zu doll treffen. Immer schön mal auch nach hinten gucken. Da kommen schon weitere Separatisten. Jawoll. Ich habe sie aufgeschreckt wie Kaninchen. Du Blümel, du. Explodier. Durchsuchen. Eine Schwarzlöwenschatzkiste habe ich erworben. Dafür braucht man ja dann wieder... Ich muss mal hier gucken. So. Verdammt. Ich muss das mal hier raus. Das mal hier zu nehmen. Ja. Wir müssen die aufhalten. Ähm. Ja, das könnte ein kleines... Längeres Unterfall hier werden. Ich weiß jetzt nicht hier, dass... Ich weiß nicht, was der Typ überhaupt macht hier. Der kann hier auch ruhig mal ein bisschen helfen. 51% Sivaratisten getötet schon. Aha. Da kommen schon die nächsten. Die Granaten gingen daneben. So. Ich muss mal hier... Oh, da habe ich sie gut getroffen. Das ist ja ein bisschen mühsinnig, muss ich mal so sagen. Hier tut sich irgendwie am Balken nichts. Wir müssen die Barakudas vielleicht töten. Vielleicht töte ich hier die ganze Zeit auch die Falschen. Au, 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 au. Ich guck mal hier. Ich greife mal hier so ein Barracuda an. Mal sehen. Hä? Hier passiert irgendwie nix. Sehr merkwürdig. Rotlachs. Hm. Sehr komisch das Ganze. Wollen sie mal so sagen. Mal nach unten. Durchsuchen. Was ist das? Ist nicht für unsere Klasse. Brauchen wir nicht einsammeln. So. Ja. Ich weiß nicht, warum sich die Quest hier jetzt nicht, äh... ...erfüllen tut. Habe ich jetzt keine Ahnung. Aua. Nehmen doch mal hier ein bisschen Schrot. Hier tut sich auch nix. Hm. Können wir nochmal hier hochclannen. Können wir mal mit ihm ja quatschen vielleicht mal. Sprechen. Das U-Boot wird angegriffen. Jemand muss da rausschwimmen und die Separatisten aufhalten. Irgendjemand. Nun nicht ich. Geh vor das U-Boot und tauch unter. Dort findet ihr die... Hinter sie bloß... Hinter sie bloß daran, noch mehr Bomben zu legen. Ja? Was ist hier Bomben? Ich sehe doch keine Bomben. Okay. Was für Bomben? Das sind doch keine Bomben. Schnell. Äh, äh. Äh, äh. Ja, wo bist du? Da ist er. Oder sie. Wer ist? Oder was auch immer. So. Hier passiert aber eindeutig nichts. Das ist komisch. Hm. Na gut. Denn wenn wir jetzt erstmal hier was verkaufen gehen und müssen uns irgendwie mal später vielleicht mal mit dieser Quest nochmal auseinandersetzen. Äh. Da passiert irgendwie jetzt gerade gar nichts. Obwohl ich, äh, lauter Aussage von dem Typen unter dem U-Boot soll ich, äh, oder natürlich mein Inventar ist auch voll, dass ich vielleicht irgendwas nicht einsammeln kann. Das kann natürlich auch dran liegen, dass man vielleicht Questgegenstände oder irgendwie eingesammelte Bomben, die man ihm dran hindern soll da. Braucht ihr was? Wir werden erstmal hier Schrott verkaufen. Was wir hier nicht mehr brauchen. Oh. Schild machen wir auch erstmal hier weg. Brauchen wir jetzt auch nicht. Das nimmt bloß alles unnötig Platz weg. 250 mystische Zahlenräder. Wo habe ich denn die denn hier? Den ist mir neu. Schwert brauchen wir auch nicht. Was ist das hier? Plus 16, 9. Dann haben wir ein höheres. Wär ich damit. Wär ich damit. Kann auch weg. Das Gewehr, das brauchen wir als Bauer dann auch nicht. Äh, 281. Das könnten wir austauschen. Das macht ein paar weiten mehr Schaden. Ach, das ist ein Dampfgewehr. Okay, das behalten wir denn noch. Ist das für unter Wasser? Muss ich gleich mal gucken. So. Kann erstmal hier alles weg. So. So, damit haben wir wieder etwas mehr Platz im Moment. Erhält einen zufälligen Preis. Eine zufällige Verstärkung. Verstärkung und mysteriöse Drecke. Kann nur mit einem Schwarzlöwenschlüssel aufgeschlossen werden. Äh, was ist das hier? Eventgegenstände. Ja. Tasche einblenden, ausblenden. Kompakt. Was ist kompakt? Ach so, sortieren. Kompakt ist also sortieren. Wusste ich auch noch nicht. Siehste, wieder was dazugelernt. So, damit haben wir unsere Tasche jetzt erstmal hier ein bisschen aufgeräumt. Und werden mal glaube ich nochmal unter das unter dem Wasser nochmal gucken. Ob es jetzt vielleicht etwas angezählt wird. Alter, Moment. Erstmal wollte ich hier gucken. Mal die Waffe ausrüsten. So. Ach so, das ist halt wieder so ein Zweihandwaffe. So. Können wir uns umrüsten hier. So. Ich geh nochmal... das Schildkröten nicht untergehen. Hat wohl was mit Luftsäcken und Vorwärtsbewegung zu tun. Und dann nächste Prototyp soll deine Schwinden ausfallen. Schnell! Phe. Bäm! So, ich werde nochmal unter das U-Boot gehen. und gucke nochmal ob da jetzt irgendwie was angezählt wird. So. Mal sehen. Hast du da jetzt irgendwas getan? Sieht nicht so aus, als wenn sie da jetzt was getan hat. Hm. Komische Quest. Oh, jetzt sind das schon drei, äh vier. Was fände ich denn bei mir hier? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich gehe gleich hops hier. Ja, und da bin ich schon draufgegangen. Ich schmeiß mal Bomben entgegen. Schnell. Haha. Außer Reichweite. Wir können jetzt mal hier... Äh. Und da sind wir gestorben. So sieht das aus, wenn wir unter Wasser draufgehen. Und da sind wir gestorben. dann schwimmen wir nur noch wie so ein Häufchen den Elend im Wasser umher. Ja. So sieht das Ganze aus. Nicht schön anzusehen. Okay. Wir müssen jetzt hier eine nahegelegte Wegmarke. Zack. Wir sind alle kleine Räder einer großen Maschine. Nur sind einige kleine und weniger. Mit dem eisernen Barracuda stehen wir kurz vor dem Durchbruch. Ganz kurz. Ja, wir gehen noch mal runter da und wenn noch mal die zwei da, oder was da doch übrig waren, ausschalten. Mal sehen, ob sich dann was tut. Ja, ansonsten müssen wir die Quest erst mal auslassen und uns später noch mal ranwagen. Bringt ja dann ja auch nichts, wenn das auf keine Länder kommt. Wieso macht sich das Netz immer da hinten auf? Verstehe ich hier gar nicht. Dummer Skill. So, der ist tot. Da kommt noch ein weiterer mit Stromschlägen. Ein Magier. Sieht aus wie ein Magier. Also da hat sich jetzt aber nichts getan, muss ich mal so sagen. Außer, dass die Gruppe sich, äh, außer, dass die Gruppe mehr wird. Oh, das sieht ja schön aus. Das sieht ja nice aus. Eine tödliche Tötung haben wir abgeschlossen. Bomben mal hinwerfen und wir werden hier natürlich kräftig unterstützen, damit sie nicht alleine da steht. Aber irgendwie tut sich hier nichts. Irgendwie ist hier der Wurm drin, muss ich mal so sagen. Außer, dass wir immer mehr kommen. So. noch eine Bombe reinjagen. Oder eine Miene. Hä. Buggy. Ja. Also, wie meine Vermutung schon vermutet hat, die Quest lässt sich irgendwie nicht beenden. Da ist irgendwie ein Bug drin, ne? Bei, äh, der Person hier vor, auch die da uns hier gerade hilft. so ein bisschen. So. Ja. Das lässt sich hier wohl auch so weit kommt vor eurem Rollenspiel. Das ist nun mal gang und gäbe, dass mal da ein Bug kommt, wo die Quest, äh, sich nicht, äh, beenden lässt. Und, naja. oder, 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 oder. Achso, die hatte das gestern auch schon gehabt. Also, da, dieser, dieser Bug, der war wohl gestern auch schon gewesen. Ah, das werden sie dann beim nächsten, äh, Patchen werden sie das ja dann wohl reinigen. und, naja. So. Dann werden wir uns mal gucken, wo wir denn jetzt mal hier weitergehen können. Wir können ja mal, ach nee, hier sind ja, hier ist ja Mauer, oder? Oder wir können ja mal da hinten hin. So. und Auftragung. Gucken, was hier noch so ist. Meine Falkentöter dabei helft, die Aktivitäten der Separatisten zu unterbinden. Töte Separatisten, zerstöre ihre Minen, verteidige ihre Pläne und rettet gefangene Schar. das ist jetzt hier eine weitere, eine weitere Herzenquest in der Ecke. Aber, liebe Freunde, das werden wir erst in der nächsten Folge tun, wenn es wieder heißt Goldwurst 2 und mit euer LP Storm 100. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es war euch nicht zu sehr langweilig, auch wenn diese Quest mit den U-Booten kleiner Bug momentan hat. Äh, werden wir die Quest natürlich nochmal wiederholen. Äh, bis dahin aber erstmal lassen wir das aus. Äh, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Das kommt nun mal halt im Rollenspiel vor und da kann man auch nichts machen, das muss man dann einfach dann mal so hinnehmen. Äh, ja, das ist halt dann so, ne? Ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder in der nächsten Folge, weil, äh, wieder mit Goldwars 2 und ich sage Ciao und bin erstmal raus. Bis dann. Bis dann. Bis dann.